und damit herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wir spielen heute ein paar runden bellwars ich habe heute mal ein thema dabei sowohl wo ich mir bei manchen videos ich gesehen habe so gedacht habe was überhaupt mit euch im kopf vorgeht oder ob ihr eure videos überhaupt selbst angucken vorher sie wie ließ das bw youtuber gibt die meinen ja sind jetzt es sind wirklich 55 bw youtuber sind jetzt fünf große bw youtuber sind gequittet wegen fordner es ihnen einfach mehr spaß macht kann ich vollkommen verstehen und es gibt etwas youtuber die meinen ja also wir müssen aufpassen dass bellwars nicht ausstirbt weil fünf bellwars youtuber gequittet sind ja wir müssen aufpassen dass bellwars nicht ausstirbt und das wird ja absolute blamage und ich mache jetzt ein fordner kanal nicht wegen den klicks nein ich will einfach versuchen fordner spieler auf mein kopf zu bringen so leute als ob fordner spieler nicht wissen was mein kopf ist ich bitte euch ich denke so ziemlich 50 prozent wenn ich sogar 70 prozent aller fordner spieler wissen was mein kopf ist oder haben es schon mal gespielt und sie meinen dann wirklich so ja ich hätte bei groß ich hätte die bellwars szene damit sie nicht ausstirbt weil ich jetzt fordner bringe und versuche fordner spieler in mein kopf type zu bringen damit bei du es nicht ausstirbt und mein kopf nicht ausstirbt und leider habe ich nicht mehr bekommen schade wo ich mir so denke mein kopf schlägt jetzt aus leute weil es auf den berühmtesten mein kopf zu erwarten nicht mehr so viele user gibt diesmal früher gab und mein kopf schüttet jetzt aus weil bellwars vielleicht mal ein paar youtuber gequittet sind wegen fordner so stirbt bellwars und mein kopf wird jetzt komplett das leute da wird es bald keine user mehr geben also es könnt ihr bald vergessen generell dieses blogspiel hier das wird bald niemand mehr spielen gar niemand mehr wirklich niemand mehr und ja ich kann diese meinung wirklich null nachvollziehen ich weiß nicht ob du das video siehst ich denke mal falls ja wirst du dich schon angesprochen fühlen mein kopf schüttlich aus weil manche leute jetzt anfangen fortnite zu spielen weil es ihnen einfach mehr spaß macht oder sie es vielleicht wegen klicks machen das ist ja auch immer die frage ich gehe immer ganz davon aus okay sie machen das mit sicherheit nicht wegen klicks sondern einfach nur deswegen weil sie spaß daran finden und der typ baut sich zu uns das heißt es könnte jetzt ein bisschen schwerer werden so mein kopf wird auch in den nächsten denke ich anderthalb jahren nicht aussterben und ja da haben wir noch bekommen gg an der runde würde ich würde sagen die runde ziemlich kurzer spiele ich noch eine runde bis gleich schaut mal das ist wie als würde ihr sagen pub g würde aussterben weil es jetzt nicht mehr im hype ist so so ungefähr kann man das in diesem verhältnis sehen ist ein neues game rausgekommen und pub g stirbt jetzt aus nur weil es ist nicht mehr so im hype ist wie es mal früher auf youtube war so das ist ja auch absolut null der fall schließlich guckt mal es sind gibt so viele free build city build server wo jetzt neue user raufkommen oder es gibt auch von den free build city build servern die leute die bis jetzt so gebaut haben fangen vielleicht jetzt erst an mit bellwars ich bin zum beispiel drei vier leute die spielen haben jetzt ist angefangen mit bellwars und den macht es so sehr fand dieses game dieses mini game zu spielen so mein kürzt wird so schnell nicht aussterben und man kann es auch nicht man kann es nicht als begründung sehen dass man jetzt fortleid videos bringt weil man die mein kürzt szene retten will so das kannst du mir doch nicht erzählen so und natürlich ist quitten jetzt viele youtuber viele normale mein kürzt spieler wegen fortnite aber es wird niemals niemals so sein dass es komplett aus sterben wird oder niemand mehr den modus bellwarsch spielt die runden werden nachmittags jetzt immer noch komplett voll auch schnell voll dass jetzt premium von runde zu runde join kannst und dieses warum habe ich okay der typ legt echt sehr rein wie gesagt ich finde es einfach komplett lächerlich zu behaupten ja mein kürzt stirbt aus und ich versuche jetzt fortleid die fortnite community darauf zu bringen minecraft zu spielen so das ist doch diese aussage die passt einfach null zusammen ich habe jetzt auch wieder angefangen somit bewegt commentaries und auch mit dem schnitzel den ich früher immer hatte habe ich jetzt auch ein bisschen versucht auszubauen und ich habe viele kommentare gelesen wo ihr meint okay der schnitzel gefällt mir der ist echt gut und wird geschnitten und so hat mich auf jeden fall mega gefreut und ich werde ihn jetzt auch erst mal ein bisschen anbehalten ich werde noch ein anderes video machen wo ich so ein paar andere themen in einer anderen art ansprechen und leute was was machen die spieler in der runde so die sind jetzt gerade eben also die sind kann wirklich ein bisschen inkompetent kann man es so nennen ist wirklich sagen guck mal das ist jetzt hier ist hier der grüne ja ich muss ganz ehrlich sagen die leute in den runden waren jetzt ziemlich ausschlaggebend ich hoffe trotzdem euch hat das video gefallen schaut mir gerne mal eure meinung in die kommentare und bis zum nächsten mal